Musik Musik Moin moin und herzlich willkommen zu meinem kleinen neuen After Effects Tutorial. Heute möchte ich euch anhand eines kleinen Beispiels zeigen, wie einfach es doch ist in After Effects ein sogenanntes erweitertes Klonen zu machen. Das einfache Klonen habe ich euch im letzten Video ja schon gezeigt und heute möchte ich euch noch einmal zeigen, wie man das Ganze auch ein bisschen erweitern kann. Und zwar, wie ihr im kleinen Einspieler am Anfang schon gesehen habt, möchte ich mit zwei Personen, also zweimal spiele ich hier eine Person und ich trinke aus der einen und selben Flasche. Wie das Ganze geht und funktioniert, zeige ich euch jetzt erst einmal. Hier im VLC Media Player habe ich ein kleines Video vorbereitet, wie man das Ganze aufnimmt, denn das ist das Entscheidende, die Aufnahme selbst. So, am Anfang positionieren wir die Kamera so, dass wir den Tisch, also die Szene perfekt im Bild haben. Rechts kann man mich sehen, wenn ich auf dem Stuhl sitze und hier links im Bild sieht man mich auch. Die Flasche steht sehr weit in der Mitte, das ist Absicht. Ich habe die Flasche aufgefüllt bis zur Mitte dieses Etiketts, damit man den Wasserspiegel nicht sieht. Wenn ich die Flasche hinstelle, schwappt das ja immer noch so ein bisschen. Darauf achten, dass man das nicht sieht, dieses Schwappen, deswegen ist der Wasserstand dieser Flasche hinter dem Etikett also nicht sichtbar. Gut, wir schalten die Kamera an, lassen sie laufen, filmen mit Stativ, Bildstabilisator, wenn die Kamera einen hat, am besten ausschalten. Dann geht's los. Ihr geht ins Bild und ihr spielt die erste Szene. Also setze ich mich hin und tue so, als wenn ich lese. Dann nehme ich irgendwann die Flasche und trinke daraus. Jetzt sieht man das Wasser, sieht man wunderbar. Wasserspiegel hinter dem Etikett. Ich stelle die Flasche wieder hin. So, was an dem Moment wichtig ist, so jetzt ist hier eine andere Szene reingesprungen, weil ich das halt, wie gesagt, schon zusammengeschnitten habe. Was an der ganzen Szene wichtig ist, der Tisch, die beiden Zeitschriften, die Flasche, sie dürfen nicht bewegt werden. Keinen Millimeter, sonst kommt das Ganze nicht hin. Deswegen müsst ihr vorsichtig sein beim Hinsetzen, beim Aufstehen, dass ihr nicht an den Tisch stößt, dass die Flasche sich nicht mehr bewegt, ist ja klar. Und auch nicht umblättern, denn das kann nachher alles Schwierigkeiten beim Schneiden in After Effects. Da kann das Probleme geben. So, Video läuft weiter. Ich setze mich um. Ganz vorsichtig, nichts berühren auf dem Tisch. Am besten auch die Stühle nicht bewegen. So. Und dann kommt der Punkt, wo ihr auch wieder zur Flasche greift. Es ist ja immer noch die gleiche Flasche, wie man hier eindeutig gesehen hat. Und ja, dann trinke ich da raus, stelle sie wieder hin und spiele meine Szene noch ein paar Sekunden zu Ende. Gut, das war's. Viel mehr wollte ich euch auch in diesem kleinen Einspieler gar nicht zeigen. Jetzt sind wir in After Effects und es kann endlich losgehen. Ich habe hier schon das Video auch wieder in Premiere zurechtgeschnitten, weil die Szenen, die wir eben gesehen haben, die brauche ich jetzt nicht nochmal. Die habe ich am Anfang, am Ende und in der Mitte weggeschnitten. Deswegen sieht man hier, ich sitze rechts. Ich sitze immer noch rechts, trinke dann irgendwann oder habe ich schon getrunken? Wo ist denn der Punkt? Genau, hier ist der Punkt, wo ich trinke, stelle die Flasche wieder hin. Dann irgendwann springt das Bild um. An dem Punkt hier. So, den suche ich mir jetzt mal so. Hier. Hier kann ich jetzt schneiden. Hier mache ich den ersten Schnitt und zwar muss ich aus dieser einen Videospur, die ich habe, muss ich ja jetzt eine zweite erstellen. Weil ich ja links und rechts jeweils getrennt in einer einzelnen Videospur brauche. Deswegen die Videospur 1 anklicken, dass sie markiert ist und dann die Tastenkombination STRG-SHIFT-D. Jetzt wird die Videospur geteilt. Das heißt, ihr habt unten jetzt den Part rechts und oben den Part links. Wenn ihr das Ganze tauschen wollt, könnt ihr das Ganze natürlich einfach anklicken, nach unten ziehen und schon habt ihr jetzt links den rechten Part und umgekehrt. Ist halt Geschmackssache, was man wo gerne hat. Ich habe jetzt links den rechten Part, rechts den linken Part. Ist eigentlich völlig ganz egal. So, was müssen wir jetzt tun? Wichtig ist ja, dass das hier, der untere Part, ist ja der erste Part. Deswegen werde ich den auch mal, der Einfachkeit halb, wie wir den wieder nach oben machen, ist für mich einfach einfacher. So, ich brauche jetzt den Punkt, wo ich aus der Flasche trinke. Das ist, wie wir sehen können, hier. Dann kommt der Moment, ich stelle die Flasche wieder hin und tue so, als würde ich weiterlesen. An diesem Punkt kann jetzt der linke Klon, also ich zwei sozusagen, auch zur Flasche greifen. Und ich ziehe jetzt erst mal hier ran. So, das ist der Punkt, wo ich die Flasche hinstelle. Jetzt schließe ich, oder mache ich die rechte Seite unsichtbar und gucke auf der unteren, wo dann der Punkt kommt, dass ich zur Flasche greifen kann. Hier ist das. Und diesen Punkt, an dieser Stelle, ziehe ich jetzt hier hin und mache jetzt hier die obere Videospur wieder sichtbar. Die Videospur oben läuft ja jetzt weiter. Deswegen müssen wir jetzt hier das erste Mal eine Maske setzen. Und zwar nehmen wir da wieder unser Zeichenstiftwerkzeug und machen hier einfach mal ein Viereck rum, wie beim letzten Mal auch. Zack. Und jetzt kommt hier automatisch schon mal der zweite Klon ins Bild. Und jetzt sehen wir auch schon, wo dran das Ganze scheitern kann. Wir sehen hier einen Teil der Flasche. Das ist natürlich nicht gut. So. Und in dem Moment, hier nehme ich die Flasche weg, aber sie ist ja immer noch da, im linken Bildschirmrand sozusagen. Wenn wir sie wieder hinstellen, jetzt in dem Moment wäre alles gut, in diesem Moment. Und dann kommt ja der linke Klon und greift auch zur Flasche, nimmt sie weg und es bleibt aber ein Stückchen über. Jetzt müssen wir mit der Maske so arbeiten, dass wir diese animieren. So. Die Flasche steht. Und das ist jetzt der perfekte Moment. Ich habe rechts gerade abgesetzt, links greife ich noch nicht zur Flasche. Deswegen gucken wir uns jetzt die Maske einmal an. Wir gehen zur Maske. Und jetzt brauchen wir erstmal ein paar neue Punkte auf dieser Maske. Vorher nochmal in die Maske rein gehen, Maskenpfad animieren. Ab dieser Stelle möchte ich gerne den Maskenpfad animieren. Gut. Wir brauchen hier wieder Zeichenstiftwerkzeug. Links anklicken, gedrückt halten und Scheitelpunkt hinzufügen. Das brauchen wir. Sieht so aus. Und jetzt machen wir hier einfach mal eins, zwei, drei neue Punkte hin. Jetzt nehmen wir wieder den Pfeil. Und diese Punkte, erstmal gehen wir jetzt, wir haben hier jetzt ein Keyframe für diese Szene. Wir gehen jetzt ein Keyframe weiter. Das könnt ihr entweder hier oben rechts, nächster Frame, oder mit der Seite runtertaste. So, ein Frame weiter. Und jetzt können wir hier die Punkte anklicken und die einzelnen Punkte der Maske verschieben. So, jetzt gehen wir Frame by Frame weiter. Denn es dauert ja nicht lange, dass der linke Klon zur Flasche greift. So, das geht auch recht flott. So, wichtig ist, dass der rechte Klon jetzt nicht über die Maske hinaus kommt. Wir müssen gleich nochmal einen Schritt zurück gehen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass hier der linke Klon die Flasche nimmt. Sehr schön, der rechte Klon. So, jetzt kommt da die Hand ins Spiel. Das ist natürlich nicht so schön. Seht ihr, was passiert? Die geht in die Maske rein. Deswegen müssen wir hier mit der Maske jetzt schon mal anfangen, ein bisschen zu arbeiten. Und das Ganze muss näher an die Flasche ran. Das ist natürlich Fummelarbeit. So. So, das kommt gerade eben hin. Da muss man natürlich immer richtig schön korrigieren. So, das funktioniert gerade eben. Mal angucken, wie das Ganze aussieht. Wenn ich hier... So, das geht wirklich gerade eben. Das ist hauchdünn, aber es funktioniert, wie ihr sehen könnt. Und wir können hier jetzt weiterarbeiten. So, das ist natürlich ein bisschen blöd mit dem Finger. Wenn ihr das dreht, könnt ihr natürlich das so machen. Ihr wisst ja jetzt, worauf ihr achten müsst. Möglichst nicht so weit ins Bild rein. Aber hier geht es gerade eben. So, jetzt mal ein bisschen vor. Ich trinke ja aus der Flasche. Und dann stelle ich die Flasche irgendwann wieder hin. So, und dann ist auch quasi das Video fast schon vorbei. Das war es eigentlich mit dem Klonen. Und jetzt haben wir am Anfang noch ein kleines Problem. So, wenn wir jetzt zurückgehen, sehen wir, dass die Maske wunderschön mitwandert. Und zwar an dem Punkt, wo wir angefangen haben. Und zwar hier. So, ab hier, an diesem Punkt, müssen wir jetzt rückwärts arbeiten. Wir sehen, da müssen wir jetzt die Maske auf die andere Seite ziehen. So. Denn da greife ich ja auf dieser Seite zur Flasche. Ist klar. Also, wir haben jetzt nichts anderes gemacht, als hier erst auf der rechten Seite zur Flasche gegriffen, und dann die Maske so animiert und bewegt, dass sie in dem Moment, wo ich hier die Hand wieder wegnehme von der Flasche, dass die Maske dann, das ist hier, geht hier sehr fix. Ihr könnt das natürlich auch langsam mit Zwischenschritten animieren. Ihr seht, wie die Maske umspringt. Ist ganz wichtig. Und dann greift der andere Klon zur Flasche. Richtig aufpassen, die beiden Hände dürfen nicht über die Maske hinausgehen. Und da das hier so knapp ist, dürfen wir auch die Maskenkante nicht zu groß machen. Ich nehme hier mal 5 Pixel. Eine weiche Maskenkante. So, und so sieht das Ganze doch schon richtig schön sauber aus. Ja, und so werde ich euch das jetzt auch gleich rendern, dass ihr euch das im Dings angucken könnt. In der Vorschau quasi nochmal. Gut, das war's auch schon. Viel mehr muss man beim erweiterten Klon gar nicht machen. Und ihr seht, die Möglichkeiten mit dem Klon in After Effects sind hier wirklich sensationell vielseitig. Man kann hier wirklich viel machen. Nur mit Masken. Also die Masken sind in After Effects ein sehr effizientes Werkzeug. Und ich arbeite sehr gerne damit. Ich mache immer wieder gerne solche Klonereien. Und ja, ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen heute mit diesem kleinen Tutorial zeigen, wie einfach es doch wirklich in After Effects ist, durch ein bisschen Spielerei mit Masken so etwas Schönes zu machen. Gut, der ein oder andere wird es jetzt sicherlich gleich ausprobieren. Und ich hoffe, ich konnte auch mit meinen Tipps zur Aufnahme ein bisschen dazu helfen, dass ihr es recht schnell auf die Beine bekommt. Und die ersten zwei, drei Aufnahmen gehen in der Regel immer futsch, weil man halt auf solche Kleinigkeiten wie mit meinen Händen da, die eine Szene, dass man da nicht so drauf achtet. Gut, das war's auch von mir. Jetzt noch ein kleines Outro. Wenn's euch gefallen hat, gebt mir eure Daumen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Video gefallen hat. Video wünsche ich natürlich auch ab in die Kommentare. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen After Effects Tutorial. In diesem kleinen Tutorial möchte ich euch anhand zwei kleiner Beispiele zeigen, wie einfach es doch ist, eine Spiegelung in After Effects zu erstellen. In meiner ersten Komposition habe ich einen einfachen Text, den ich mit dem After Effects Textwerkzeug erstellt habe. Nichts Großes dran, ganz easy. In meiner zweiten Komposition habe ich ein ganz einfaches Logo importiert, das ich mal in Photoshop erstellt habe. Es handelt sich dabei um eine einfache PNG-Datei. Gut, fangen wir auch mit dem Text an. Was brauchen wir? Wir brauchen natürlich erstmal eine zweite Ebene, die wir spiegeln können. Das machen wir, indem wir jetzt die Textebene markieren, anklicken, eins und eins.